Hallo meine Lieblingsmonster, willkommen zu diesem Video. Ich habe gerade mein E-Mail-Postfach geschaut und sehe das hier. Ein Strike für meine Videos. Meine Videos Dreier und Sex mit Ariane, glaube ich, wurden entfernt von YouTube, weil sie für YouTube nicht den Community-Richtlinien entsprechen. Die Videos waren zensiert, es war ein Dating-Simulator, wo du halt, wie man wahrscheinlich sich denken kann, Sex mit einer Person haben kannst, mit einer betriellen Person logischerweise. Und ich habe die Videos deutlich zensiert, damit sie online bleiben. Die waren jetzt auch schon über ein Jahr, glaube ich, online, wurden auch manuell für die Monetarisierung freigegeben. Das heißt, ein YouTube-Mitarbeiter hat sich das Video angeschaut und gesagt, okay, das darf monetarisiert werden, damit darf der Junge Geld verdienen. Und jetzt, knapp ein Jahr nach dem Upload oder sowas, sind die Videos offline genommen worden, zwei von denen. Ich habe den Rest auf privat gestellt, weil ich nicht möchte, dass noch ein Strike dazukommt. Es sind zwei dieser Videos offline genommen worden, weil sie wohl den Community-Guidelines nicht entsprechen. Was ich mich frage, ist, warum das erst ein Jahr später passiert und nicht direkt passiert ist, und warum sie denn manuell freigegeben worden sind für die Monetarisierung, wenn sie jetzt runtergenommen worden sind. Das verstehe ich nicht, das frage ich mich halt immer noch. Ich habe YouTube Deutschland schon auf Twitter kontaktiert. Ich hoffe, die können dazu was sagen. Ich habe Beschwerde eingereicht. Was jetzt passieren wird, ist, ich habe mehrere Videos, die deutlich sexuellen Content beinhalten, ob es jetzt zensiert ist oder nur kurz was eingeblendet oder sonst irgendwas, auf privat gestellt. Der Strike wird in drei Monaten automatisch auslaufen. Also, dann ist mein Account wieder ohne Strike, wenn bis dahin nichts weiter passiert. Demnach habe ich, wie gesagt, alle Videos runtergenommen. Die Goldtime-Videos bleiben online, weil ich denke, dass dort kein sichtbarer sexueller Inhalt zu sehen ist. Und deswegen hoffe ich, dass die online bleiben können und dass ich dafür keinen Strike bekomme. Mein Kanal ist jetzt nicht beeinträchtigt. Das Einzige, was ich nicht machen kann, ist mehr Livestream auf YouTube, was aber kein Problem ist, weil ich habe ja sowieso nie auf YouTube gelivestreamt. Ich hoffe einfach, dass nichts weiter passieren wird. Ich wollte euch das einfach nur mal kurz mitteilen und hoffe, dass das jetzt alles so in Ordnung bleibt. Falls ihr mein neues Video noch nicht gesehen habt, das neue Goldtime-Video, das kam gestern raus. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Vielleicht wird das ja auch untergenommen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nochmal schnell nachholen. Ich hoffe, es bleibt jetzt alles erstmal beim Alten und meine Beschwerde wird acknowledged, wird wahrgenommen und vielleicht wird der Strike auch wieder entfernt. Wer weiß. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich wollte euch das nur kurz mitteilen und deswegen werden auch in Zukunft wahrscheinlich weniger solcher Videos folgen. Also Goldtime sowieso mache ich zwischendurch immer mal wieder, ist kein Problem. Aber halt andere Videos, die ein bisschen übersexualisiert sind beziehungsweise wo es um Frauen und Brüste geht, so wie in den meisten Videos, die jetzt runtergenommen worden sind, werden wahrscheinlich nicht mehr kommen vorerst, weil ich erstmal abwarten möchte, was es da noch gibt. Gut, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt noch weiteren Spaß auf YouTube und ich würde sagen, stay tuned. Bis dann.